Siegburg Neben mir steht Herr Burmann und wir haben ein paar Fragen und das werden wir gleich erfahren. Herr Burmann, schön, dass Sie uns ein bisschen Zeit gegeben haben. Ja, bei dem tollen Wetter hier zu 950, ja, feier gerne. Super, ich habe schon ein paar Aktionen von Ihnen gesehen hier auf dem Marktplatz und können Sie uns noch ein bisschen weiter erklären, was das war alles? Ja, wir wollen unsere Arbeit hier den Bürgern möglichst hautnah darstellen. Hautnah heißt, dass wir also auch hier einen Flashover-Container betreiben, wo real Brandausbildung gezeichnet wird. Hier kann man also auch Feuer sehen. Es wird der Bereich technische Hilfeleistung gezeigt, einfach um unsere gesamte Breite den Bürgern darzustellen. Super, das haben Sie aber auch sehr toll gemacht und alle Bürger waren auch begeistert von der Aktion. Die kleine Aktion, die jetzt gleich kommt, werde ich euch auch nochmal aufnehmen und zusammenfassen. Haben Sie dazu noch was zu sagen? Ja, wir werden dort eine technische Hilfeleistung zeigen. Das heißt, technische Rettung bei Verkehrsunfällen ist auch eine unserer Hauptaufgaben und das geht in Zusammenarbeit mit den Rettungsdiensten. Und vor allen Dingen möchten wir es nicht schnell zeigen, sondern wir möchten zeigen, wie einfach es auch ist, wenn man also weiß, das technische Gerät, was wir vorhalten, auch zu bedienen. Insofern werden wir auch versuchen, Passanten, Siegburger Bürger mit hineinzunehmen in die Übung und vielleicht, und ich hoffe, auch Interesse wecken für weitere Mitglieder in der Freiwilligen Feuerwehr. Auch weitere Mitgliederwerbung betreiben für die Jugendfeuerwehr. Das ist ganz wichtig und da nutzen wir auch diese Aktion sehr aktiv für. Super, ihr habt es mitbekommen. Eine spannende Story oder ein spannender Beruf auch sogar. Wer Interesse hat, direkt hier melden und mitmachen, weil wir brauchen euch. Ohne die Feuerwehr wird das ganz schwierig. Ihr wisst auch sehr, wenn ich oder du in Schwierigkeiten bist, dann kommen die und helfen uns. Da habe ich noch was. Eine E-Mail-Adresse, cool-at-feuerwehr-siegburg.de. Einfach mailen. Wir melden uns bei Ihnen und dann freuen wir uns über neue Mitglieder in der Jugendfeuerwehr und in der aktiven Feuerwehr. Auch zu finden, auch zu finden im Internet natürlich auf der Homepage. Und habt ihr auch eine Facebook-Seite? Die Jugendfeuerwehr hat eine. Dort auf Gefällt mir klicken und mit dabei sein. Bis dann, euer Hakan. Der normale Ablauf bei einem deutlichen Verkehrsunfall mit eingekommter Personen ist, dass der Rettungsteam sich zunächst erstmal um die beiden Personen kümmert. Das macht ja die Absprache mit dem Einsatzleiter der Feuerwehr. Beide überblicken sich den Kraftverhalt, machen sich einen Eindruck über den Zustand, über den unterdrückten Zustand der Insassen, die hier in der Umfahrtverhaltung waren, und sprechen dann das gemeinsame Feuerwehr. In der Zeit, in der Feuerwehr groß geworden sind die bis 35 Jahre aufwärtslich der Feuerwehr, da war es einfach übel, die Feuerwehr kam, die hat das Dach abgeschnitten, die hat den Verletzten rausgerissen, das hat man rausgeholt, hat den Rettungsdienst hingelegt, so jetzt könnt ihr machen. Heute geht mal ganz anders vor, im Sinne des Verletzten. Der Rettungsdienst kümmert sich zunächst erstmal um die Verletzten mit Kontakt auf, erfahrt den Gesundheitszustand, spricht die Verletzten an, erklärt ihnen, was gemacht wird, damit jeder Schritt auch wirklich deutlich ist. Keiner soll sich überfahrende Ölvorkommen, beziehungsweise keiner soll zusätzliche Angst haben, noch mit unserer Einsatzkette. Während die Kollegen von Malteser Höchstin sich hier um den Rettungsdienst in den Teil kümmern, wird parallel der Bereich der technischen Hilfeleistung aufgebaut. Hier von Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Südburg. Was sie da so aus ihrem Auto holen, ist zum einen Material für die technische Hilfeleistung, also Gerätschaften, mit denen das Auto stühl gesetzt wird, damit es nicht mehr bewegt weiter bei den weiteren Arbeiten. Dann ein Bedrauensgeschneidungs-Spreizgerät, vielfach auch als Rettungskurie so bezeichnet. Mit〜 Aus jealousy Kормissen Kramens Also, man spricht sich jetzt hier ab inzwischen Rettungsdienst und Einlassleiter. Folgendes, was zu tun ist, damit die einzelnen Mittel wirklich Schritt für Schritt bereitgehalten werden und in der richtigen Reihenfolge einstellen. Parallel zu dem technischen Hilfeleistungseinsatz, den wir in dem Fall bevorzugt haben, nimmt man ein Löschenabfuhr. Sie können sich vorstellen, auch jetzt besteht noch die Gefahr, dass ein solches Fahrzeug in Brand wird. Vor allem im Verkehrsunfall. Im Verkehrsunfall wird unter elektrischen Reifungen geschädigt. Es kommt zu Kurtschlüssen möglicherweise in der Batterie und dann zu fliegen auszuschließen, dass ein Fahrzeug verletzt wird. Eine weitere Gefahr sind Systeme, die eigentlich zum Schutz der Insassen gedacht sind, also Airbags. Oder Überholbügel, die möglicherweise bei Grabio-Fahrzeugen eingesetzt werden. Es muss sichergestellt sein, dass diese Geräte außer Vertrieb genommen worden sind. Hier haben wir jetzt zu gewähr, dass alles nicht mehr funktioniert. Insofern können wir diesen Bereich besser ablassen. Aber auch das ist eine Gefahr, die nicht zu unterschätzen ist. Denn häufig sind in der Vergangenheit einsatzverschämt, wenn wir auslösen, Airbags schon verletzt worden. Hier sind die Teilen zum Fall, die in den Fall sind das auch mit in den Kursen auslösen. Das ist ganz einsatzverschämt auch gefährlich. Das ist ganz einsatzverschämt auch Layerко. Vers89. 2 Bis zum nächsten Mal.